Er ist ein vereintes Kamerad, ebenfalls vom Schwarz-Weiß-Bester in der Hambon, Rasi Rachimov. Dieser Kamer ist noch ohne, der Eiffel hat auch mit 1x2-Jungen und gelandet wird er von der Refabie. Ich habe ihn bereits vorgestellt, ist er auf das Seil. Ring 2 und 1. Ring 2 und 1. Ring 2 und 1. Ring 2. Ring 3, 2, 1. Ring 2, 1. Ring 3, 1. Ring 3, 1... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.